Er ist der erste von Anfang an spielbare Kreuzfahrerkönig in Crusader Kings 3, Balduin IV. Im neuen Startjahr 1178 regiert er das Königreich Jerusalem. Aber nicht nur deshalb gab es im Vorfeld des neuen DLC Roads to Power einen regelrechten Hype um den jungen König. Warum ist sein Name so vielen ein Begriff? Wie sein Beiname der Aussätzige bereits erahnen lässt, litt er an Lepra. Erste Anzeichen darauf sollen bereits in seiner Kindheit festgestellt worden sein. Dennoch war er ein talentierter Reiter und ein begabter König, der die Kreuzfahrerstaaten gegen die muslimischen Feinde verteidigte. Seine Leidensgeschichte und sein unermüdlicher Kampf gegen die von Sultan Salahadin angeführten Ayyubiden lösten eine große Faszination aus. Zu Salahadin habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Zu Balduins Bekanntheit hat vor allem der Monumentalfilm Königreich der Himmel von Ridley Scott beigetragen. Genau wie im Film bedeckte Balduin wohl stets sein Gesicht mit einer silbernen Maske. Schon mit 13 Jahren trat er die Thronfolge im Kreuzfahrerkönigreich an. Das Reich war geplagt von inneren Konflikten. Dennoch schaffte er es, die unterschiedlichen Interessensgruppen auf seine Seite zu ziehen und gegen den gemeinsamen Feind zu einen. Seine Führungsstärke und Militärkunst stellte er etwa 1177 in der Schlacht von Monguisar unter Beweis. Schon Tage zuvor wurde er vor den anrückenden Feinden gewarnt. König Balduin war gerade von einem schweren Krankheitsschub genesen und stellte eilig ein Heer zusammen. Nach der Ankunft in Ascalon rief der König alle waffenfähigen Männer des Reiches zusammen. Eine außerordentliche Maßnahme, die zeigt, wie bedrohlich er die Situation einschätzte. Die gegnerische Armee wurde teils auf 26.000 Reiter oder 30.000 Truppen beziffert. So viele waren es vermutlich nicht, aber sie waren Balduins Heer dennoch sicher zahlenmäßig weit überlegen. Entsprechend zogen sich die Christen nach kleineren Gefechten hinter die Stadtmauern zurück. Saladin sah in ihnen wohl wenig Gefahr und so machte er sich auf den Weg nach Jerusalem. Unterwegs plünderten sie einige Städte und zwang Balduin so zum Handeln. Am 25. November verließ das Heer um Balduin Ascalon. Ihnen kamen noch einmal 80 Tempelritter zur Unterstützung. Die Truppe folgte den Gegnern und wartete auf einen günstigen Moment. Als Salahadins Heer einen Fluss nahe Morkisar überquerte, nutzte Balduin dann den Überraschungsmoment. Im schwierigen und unbekannten Terrain hatte Salahadin große Mühe, seine verstreuten Soldaten zusammenzuhalten. Zwar konnten sich die Muslime anfangs noch behaupten, verloren aber bald die Oberhand. Ein Neffe Salahadins fiel in der Schlacht. Der Sultan selbst musste von seiner Leibwache gerettet werden. So gab Salahadin den Befehl zum Rückzug. Allerdings musste Balduin wenige Jahre später einige Rückschläge hinnehmen. An der sogenannten Jakobsfurt am Westufer des Jordans hatte er eine Burg errichten lassen. An der Jakobsfurt soll der biblische Jakob seinen Bruder Esau getroffen haben. Im Islam gilt Jakob als Prophet. So ist diese Stelle sowohl für Christen als auch für Muslime heilig. Am 10. April 1179 trafen Balduin und Salahadin hier im Kampf aufeinander. Balduin ritt voran. Dabei wurde er im unwegsamen Gelände von der unerwartet großen Truppenanzahl des Feindes aber so überrascht, dass sein Pferd scheute und ihn in Gefahr brachte. Zwar konnte ihn Humphred II. von Turon, ein wichtiger Berater, retten und die Christen Salahadin zunächst in die Flucht schlagen. Allerdings starb Humphred wenig später an den Folgen seiner Rettungsaktion. Außerdem gelang es ihnen nicht, die Burg dauerhaft zu sichern. Ende August wurde sie von Salahadin dann vollständig zerstört. Schließlich erlag König Balduin 1185 seiner schweren Krankheit mit gerade einmal 24 Jahren. Er wurde neben seinem Vater in einer Kapelle der Grabeskirche bestattet. Laut seinem Zeitgenossen Ernul sei Balduin an seinem Lebensende kein Finger an der Hand geblieben, noch Augenlicht, noch Nase. In Crusader Kings 3 dürfte man mit Balduin IV. wohl auch nur ein kurzes Vergnügen haben. Mit seiner Lepra wird er wohl innerhalb weniger Jahre kinderlos sterben. Doch anders als in der Geschichte könnt ihr vielleicht das Kreuzfahrerkönigreich mit seinen Erben vor dem Untergang bewahren. Außerdem winkt euch das Achievement Kingdom of Heaven, falls ihr mit Balduin einen Krieg gegen Salahadin gewinnen solltet. Und auf welchen Charakter freut ihr euch im neuen DLC? Vielleicht ist es ja Salahadin. Wenn ihr mögt, schaut euch gerne auch mein Video zu ihm an. Ciao.